So, und weiter geht's hier mit Limbo. Mit der full-grasse Limbo. Ähm, ich muss rausfinden, was ich damit machen kann. Ja. Genial. Vielleicht sollte ich die Leiter benutzen. Die Leiter. Ach, hier ist ja eine Wand. Okay. Äh, was kommt hier? Äh, okay. Da ist also der Reifen. Landet. Ist dumme ist nur, er bleibt hier nicht. Ich weiß auch nicht genau, was das bringen soll, wenn ich das öffne. Ich schiebe erst mal einen von diesen Dingern rund. Geht das nicht? Jetzt kann ich ja den. Ach so, das kann ich gar nicht verschieben. Ah, okay. Muss ich also die Kiste da rausbekommen. Aber wie? Nein, jetzt rollt es sogar noch weiter weg. Mal gucken, was der Fall noch geht. Ah, ich glaube, ich habe einen Plan. Okay. Ähm. Los, rennen. Ha. Gut, jetzt geht es auf jeden Fall nicht mehr zu. Und spackt übelst ab. Sehr schön. Ha. Victory. Das müsste er nur noch. Ach, danke. Ist fähig, da drüber zu springen. Gut. Gut, gut. Äh. Drauf klettern. Okay. Ich gehe einfach mal hier mit. Was das macht. Weiß ich nicht. Ah, wahrscheinlich muss ich hier. Da drauf. Damit ich mich hier festhalten kann. Genau. Dann muss ich das. Und so. Und dann. So, 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 so. Hier runter. Zwei Kilometer und springen. Und da drauf. Okay, ich brauche irgendwas, das da linkt. Vielleicht muss ich die Kiste mitnehmen. Mal gucken, was das gelangt. Oder die Kiste. Wahrscheinlich muss ich die mitnehmen. Äh, nicht so. Sondern. Dann ist das Ganze hier nur, um die Kiste zu holen. Oh, Gott. War das Fail eben. Das war richtig Fail. Also, ich weiß ja nicht. Sehr schön. Ah, perfekt. Nichts. Okay, ich brauche noch die zweite Kiste. Dacht man schon, eigentlich kann ich ja auch die andere mitnehmen. Und dann brauche ich ja die gar nicht mehr. Aber anscheinend brauche ich sie doch. Ja. So. Runter hier und dann schieben. So, jetzt. Okay, mit dem nächsten fahre ich mit. Gucken, wie lange er so stehen bleiben kann. Okay, jetzt ist er gerutscht. Bitte nicht umbringen, bitte nicht. Danke. Danke. Ja, ich muss jetzt erstes hier das runterfahren lassen. Und dass ich die Kiste draufkriege. Dann die Kiste drauf. Und dann auch noch mitkommen. Sehr schön. Jetzt habe ich's. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nein, nein. Okay. Ich muss also. Ich glaube, das ist nämlich ungesund da drauf zu laufen. Ja, das sieht mir sehr... Okay. Ich glaube, ich habe da eine Idee, aber ich bin nicht sicher, ob so funktioniert. Okay. Ja. Sehr schön. Okay, hier muss ich mal an dem... Dinge, irgendwie bewegen, ok Was hab ich jetzt gemacht, oh Gott Ganze, oh Gott, alles bewegt sich WTF Whats up Ja Yeah Ach Gott Tja, da zu stehen war nicht so gut Ok, ähm Dann bleib ich, dann spring ich weiter weg Ok, noch kann ich nicht Äh, ich will hier weg Ok, so Wenn's mich des Dingens trifft, dass ich da nicht Äh, dass mich des Dingens nicht trifft Weil wenn's mich trifft, bin ich tot Gut Jetzt hab ich keiner rein Hier vielleicht hoch noch Moment nicht sicher, aber ich geh halt mal Ok Okay, hier geht's nicht weiter Aha Aha Was macht das? Aha Hm Hm Ich frag mich, was das können soll Wenn ich hier Ganz kurz was testen Ah Ah Schön Jetzt komm ich noch nicht mehr da hoch, oder? Ja Dann muss ich das da vorne einfrieren Nein, 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 nein Reicht das noch? Bin mir nicht sicher Hier Ja doch, reicht Ok, ich muss, glaub ich, ein bisschen weiter hinten einfrieren Hier so Ok, mal gucken, ob ich von hier aus auch immer noch da dran komme Ja Ja Geschafft Gut Hm Äh Ich Wenn ich Richtig denke Ah Nein Ich glaub, das wird mich jetzt gleich in die Säge Ah Ok Oh Oh, 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 ok, das hat ich nicht gesehen Ja, dann Muss ich, ja Ich hab der Plan So So Muss ich ja aufpassen, dass ich in keine Säge reinkomme So hm Hm ja nie Hm, hätt' ich da jetzt aufspringen müssen? Ah, ha, ha! Ah! Okay, ich glaub' ich muss dann da noch auf das Teil aufspringen. Bin mir zwar nicht sicher, aber... ...wann so ging's auf jeden Fall nicht. Okay, erst mal hier festklammern. Nee, gut, das ist, glaub' ich, eher negativ, wenn ich hier durch die Gegend springe. Oder schwingen, eher gesagt. Besser gesagt. Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich da vorne an die Kette komme, wenn es sich weiterdreht. Oder... ...oder... ...so... ...nicht. Okay, gucken, dass ich an die Kette komme. Na, Limbo ist echt so ein Try... ...Try-and-die-Game. Probier... ...probier... ...ne, Die-and-Try... ...Try-and-die... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall probier' ich rum... ...verreck dabei... ...und irgendwann weiß ich, wie man's richtig macht. So, auf Anhieb die Rätsel, das sind eher die, die nicht so tödlich sind, sondern mehr rätselig. Also ohne, dass ich weg... ...auf Anhieb. Weil hier bei der Stelle ein Fehler und ich bin tot. Okay, diesmal darf ich nicht zu früh abspringen. Ach, geschafft! Wie geht's? Gut, überlebt! Aha. Nein, oder? Das ist nicht echt... ...fuck, jetzt kommt dieser Stein... ...und die Kiste! Ich glaube, jetzt hab ich mich umgebracht. Nein! Ich wollte mich nicht umbringen. Verdammt! Ah! Ach, okay. ... ... ... ... Give me that Kiste Nein! Okay, ich hab's wieder umgebracht Irgendwie ist der Ton grad hier Sehr mysteriös Also ich hör nicht mehr wie der Typ verreckt und so Oder nur diese Musik Komm, Kiste Okay, diesmal Nicht überschieben Geschafft Puh Oh, ein Schmetterling Wui Heyu Oh Oh Ne, ja da Da war, glaub ich, die, die Schwester, um die es eigentlich in dem ganzen Ding ins geht Und jetzt werde ich hier zurückgeschickt durch diese Made Aber Hier hab ich ja Licht Licht Jetzt muss ich nicht so weit zurück Aber das fand ich jetzt schon Wartfuck Was ist jetzt hier Gott Oh Gott Oh Gott Ah, ah Okay, um Okay, jetzt muss ich hier Ich hoffe, ich bin jetzt trotzdem noch hier Ja, schön Äh, mal gucken, wohin ich komme, wenn ich da wieder hochgehe Ich glaube, ich muss wieder zurück Ich bin jetzt ja nicht sicher, aber da war ich noch so weiter So, jetzt bin ich hier Auf dem aufsteigenden Ast Äh, ja Äh, wie soll ich da hochkommen, genau Nein Okay, ich habe glaube ich eine Idee Nein, failed Mist schon wieder Hm, hm Suchen, dass das da oben bleibt Hm 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 Ich da jetzt weitergehe Okay Okay Okay, das ist nicht der richtige Weg Ah, das war also ganz falsch Ah, fuck Ah, ich habe Plan, glaube ich Okay Okay, weil das Teil, das kommt ja eigentlich falsch an Wenn ich das so verzögere, dass es mir passt Sehr schön Jetzt muss ich nur noch Nein, nein Oh Fuck Ich glaube, ich kann theoretisch da stehen Ich glaube, ich kann theoretisch da stehen Ich wollte doch nicht sterben Ich wollte doch nicht sterben Nein, wieso? Ach, fuck Ich kletter immer sofort hoch Das ist schlecht Das ist nicht gut 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 Da gibt es doch eigentlich so ein Lied oder so Ich werde jetzt noch ein bisschen aufhalten Ach, ich soll mich nicht mehr nach dir Okay, jetzt will ich Oh, 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 oh Ach, geschafft Oh, je Umkehr Ach Laufen wir jetzt andersrum? Schön Nicht so schön Soll es dann gehen? Ach Ich glaube, ich habe einen Plan Das Hälfte mache ich noch Dann beende ich hier den Part Weil ich habe schon wieder 20 Minuten Irgendwie brauche ich länger als gedacht hätte dafür Hier komme ich nicht mehr hoch Das wäre ein Problem Weil jetzt habe ich alles umgekehrt Jetzt bringt es mir ja theoretisch die Kisten hier hoch, oder? Das habe ich nicht umgedreht Ja, dann Werde ich das wohl Beim nächsten Part versuchen rauszufinden Was ich jetzt hiermit und damit Und Was mir das jetzt alles bringt hier Also sehen wir uns beim Nächsten Part wieder Bis dahin Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Vielen Dank.